ja hallo und herzlich willkommen heute spiel ich das ist ein Horrorspiel ein leichtes Horrorspiel also für die kleineren und euch ihr könnt drücke anschauen ich werde jetzt auch nicht viel beraten hier sieht man einen Ballon ich weiß zwar nicht was es mit drauf sichert aber das ist auch nicht alles geschlossen New Game mein Kollege hat es ja schon mal gespielt Galaxy Game 07 oder Game Münke der hat sich falsch reden ok die Musik ist schon mal ziemlich gruselig das ist auch mal gespielt aber nur die Demo wird hier noch mal gespielt und ich will jetzt auch nicht helfen abonniert ihn nicht ok dann geht es los wir wachen im Büro auf es ist 0 Uhr es dauert es regnet und wir müssen schon ob der Kaffee bereit ist Go to play hey ok so wir müssen schon ob der Kaffee bereit ist woher wird jetzt auch nicht der Drucker der Drucker der Drucker ist auch so wie jemand da ist das ist keiner da auf jeden Fall hier sind die Zimmer ok auf und und noch mal hat die 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 ich bin wir haben noch ein kleiner Opfer man kann sich nur verstecken ich gehe zurück noch ein bisschen Wasser in den Kaffee ich bin ich das geht schon mal krass los ich bin ich ganz nervös ich gucke ich schreibe gar nicht an welchen arsch der um 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 das ist eine Toilette er ist ein Kind ich bitte nicht mehr rausnehmen das ist schon ganz gelb die Kapuertsgebung hatte den Klo verloren hände waschen natürlich ohne wasser alter was ist was passiert was passiert jetzt hört auf zu klopfen ach so das ist doch egal jetzt hört auf zu klopfen das ist da so nervig nehmen wir noch ein kleines schlückchen ich könnte das hören das klopfen das hat man doch oder der Drucker der drückt weiter aus hier Hello So dann machen wir mal auf wie hier steht was hier wo ist die Dämonen hier irgendwas mit Dämonen hier machen wir das Licht an hier hat die Geister gehören hier 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 kann man das aufmachen hier ist ja nix drin da ruf jemand an wahrscheinlich ist das meine Oma man hört auf zu klopfen jetzt was sind es für leute die ganze klopfen da kann man hier rausgehen, weil ich das Glissmarrn habe ok hab ich ihn hier mal rein was ist hier drin? was ist das? ich hab den hier geworfen das war wahrscheinlich der Getränke hol ich mal wieder und wieder eine Banane ah, alter alter zieh mich ja, wo kommt der Ballon hin? also, wenn es hackt, dann tut mir es leid, wenn man auch weil sie eine Aufnahme bekommen, scheiße ist ich weiß es nicht ich hoffe, es hat nichts Omi Omi Mensch, Omi, ich hab gesagt, ich hab gedacht das hat mich erschreckt das hat mich erschreckt Omi hat sie grad die Stücke zurückgeschubt das ist immer herrnster wo man einmal seine Arbeit in Ruhe genießen da kommt zu einer Oman stört, dann sich traurig Omi 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 warum hast du dich zu schwarz angezogen? ich geh lieber hier rein ich tu jetzt mal speichern Und jetzt? Ich bin jetzt sicher... Ich bin jetzt mit... Ich bin jetzt gerade bei... Ich bin jetzt hier. Ok, wir fangen mal wieder in Roberts Zimmer hin, fix es hier an. Wie wird es sein? Ja. Hä? 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 Das Licht ist ein Freund. Ok, wir müssen weiter weg gehen. Oh so. Ha, nicht will ich da schon mal bleiben. Flashlight. Ich bin der Wettbewerb. Ja, ich bin der Wettbewerb. Mann, ich kann den Batterien finden. Prozent die sie für die Kurs Kurs hat er und die Speicher jetzt und dann würde ich sagen 3 3x kommt das nächste video dann mache ich direkt weiter ich speichere jetzt ich speichere jetzt spiel nein ich bin die zimmer gespeichert muss ich sagen Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bei 3dx spiele ich sie direkt weiter, vielleicht schaffen wir es ja, dann bis zum nächsten Mal und ciao!